Hey Tee, was geht? Heute ich bin in der Runde Bad Wars, yes! Let's go! Bad Wars, Doubles, startet in 8 Sekunden. So. Komm ich brauche nur 7 Gold, jetzt können wir doch die 7 Gold! Dreckspiel! Geben wir jetzt die Drecks, 7 Gold. Okay, los, sag mal. Geben wir jetzt ein Streit, ein Streit! Okay, Freunde. Ich bin lieber nur in den Squats, da bin ich besser drin. Okay, wir sehen uns, wenn das Spiel, wenn es weiter geht. Also wenn ich nicht wird. So, es geht weiter, Freunde. Nota Info Da ist mir direkt Kriterien bei uns aufgefallen. Tööööööööööö, das ist mir immer wieder verrecken. wurde 96 waren beste keine leitern der hohen ich bin verrückt ich werde mich persönlich hier im los hier im los hier im los let's go wir gehen auf ich glaube ich gehe auf grün digga ich will das snecker warum ist knickig jungen drei teams gleichzeitig drei teams gleichzeitig mann es ist nicht mehr wohl wir sehen uns wenn das spiel weiter geht weiter ja ok wenn wir diese Runde verkacken dann spielen wir erstmal das Spiel mit Sky Wars ok 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 also wenn sie bei mir diese Runde verkacken dann heißt es Bad Wars nicht mehr spielen sondern wenn sie bei mir diese Runde verkacken Freunde dann Sky Wars ich sag's euch wie sie ist die läuft du 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 duu du 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 do ist es ist mein Betrinber und lieber ok 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 ich wollte wohnen es ist auch schon egal die So, 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 so. ich habe ich habe gesprintet mit trotzdem gestorben die gefreundet verstehe die welt nicht ich dachte euch wüsste ich verstehe nicht mehr so kommen schnell ein gold schneller schneller manche manche heute noch hilfs machen also jungen kann diesen scheiß weg kaufen geht doch okay übertreibt mal nicht ich gebe ja so ein paar feuerbälle ich sag's euch bist du bist Und guck mal, geht die Ansatz zu unserem Bett. Nein? Yep. Kommt, zwei sollten reichen, dann haben wir es geschafft. So, zwei Feierbälle ist reich, glaube ich, aus. Die Feierbälle ist reich. Ja, ja, ja. Das nächste Mal für den vorgefertigten Weg. Piss dich doch. Oh Mann! Von wo? Wie? Weshalb? Warum? Was habt ihr euch eingetragen? Warum? Warum nicht? Das war so ein guter Try gewesen. Jetzt mit zwei Feuerkugeln nach und dann bam, 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 bam. Okay, ich... Ja, wie sonst wird. So von jetzt genug, also ja. So. Warte, erst mal, erst mal, erst mal kaufen wir uns das. Zweimal. Wenn wir noch... Nein, ich würde kein TNT kaufen. Egal, wie schlecht eigentlich? TNT war ein bisschen. Ja, aber ich würde mir jetzt auch noch mal Rüstung kaufen. Danke, Spielchen. Ja, komm, Schwerter. Schwerter ist... Ich verstehe. Die haben wir in einer von Zeit einfach ein Dior Schwert. Läuft bei dem. Ich weiß noch mal, was es wird. Ich glaube, es wird wenigstens drei. Wir werden ein bisschen sichere. Ich weiß noch nicht, was es wird, was es wird, was es wird, was es wird. So, let's go, Freunde. So, ganz nur, let's go. So, let's go. So, let's go. So, let's go. So. So. Mit einem 48 komme ich nicht mehr weiter. Also, Blocks, Wolle, noch mal ein Stück, so. So, also, wenn das jetzt nicht, ist nicht ehrlich. Wir haben gewonnen? Ja, Freunde, das war's eigentlich auch jetzt für heute. Wir haben gewonnen nämlich. Ja, das war's auf heute. Bis bald. Euer Astro. Euer Astro.